Hallo, hier ist wieder Müllzbrand XY, einfach Müll-Signal, mit Strand-Totette. Staffel 2. Und es geht los. So, Teil 4 von Staffel 2 geht weiter. Wir gehen erstmal schlafen. Wir nehmen nur eine Axt mit. Wo ist die Axt? Hier ist die Axt. Am Fallenbogen kann man beide kann man mitnehmen. Okay. Aber was man nochmal mitnehmen kann. Ich kann ja nochmal so eine Binde machen. Bringt das überhaupt was? Nee, nein. Na gerade. Okay. Die drei nehmen wir mit. Ich glaube, letztes Mal waren wir da, wo wir versagt haben. Oder ich versagt habe. Ich will jetzt mal da hin. Komm mit. Also, Essen mitnehmen. Kurz. Okay. 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 Das können wir... Herr mal Nahrung mitnehmen. Okay. Jetzt. Kommt die Süße auf die neue Süße. Okay. Warum kann ich das beide nicht nehmen, wenn ich sitze? Egal. Okay. Jetzt klingt das wie immer. Ja, ich wollte euch das jetzt sagen. Da fahren wir hin. Wir wollen jetzt da lang. Ich will mal auf der Insel noch gucken. Vielleicht haben wir nach rechts rum mehr Glück, dass wir ein bisschen länger überleben. Das sieht aber auch nicht sehr gesund aus da drüben. Wir haben nur ein Pfeil. Ein Bogen. Okay. Der Bogen ist okay. Aber ein Pfeil ist aus. Also ich hoffe mal, da drüben finden wir Strecke und Steine. Und keine Tiere großartig. Oder keine großen. Die Elefanten. Gruppe Diele. Kraken. Am Landschirm der Haie. So ein Quatsch wär das. Aber was ist das? Es sieht schon mal interessant aus. Na los. Schwimm. Schwimm. Mein Sachse. Schwimm. Vorwärts. 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 Zwei. Vorwärts. Vorwärts. Wie immer wie das aussieht haben wir Glück, dass nicht alles unter Wasser. wie bei uns oder? 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 Sieht gut aus Aha Was ist das? Das Wackel wurde eher schlecht Oh, hier ist noch einer Ah Oh, das war die Snowden So Ich liebe Küsten Oh, wir fuhren gerade an Kisten Ja Luft Lieb ich fast noch mehr Ah, wir müssen mehr Luft holen Oh, das war schön Okay Ah Ah Okay Oh, komm mal denn jetzt hier Oh Ich wollte ja noch rücken Ähm Ah, okay Ich glaube, rocken ist kann unbefertig werden Also, so weit So 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 Sehr Wir haben irgendwie ein Stachel am Rücken Ah 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 Okay Ah, okay Komm mal denn drübel das nehmen wir mit ok das ist irgendwie noch anders gewesen naja das beste ist es nicht überhaupt nicht kann man hier irgendwo runter tauchen oder so gibt es hier keinen durchgang mit dem was angefangen von heimäßig das für ein dickes Vieh was ist das sind zwei Schiffe wie ist das ein Schiff heute da ist so ein blödes Schwein weißt du was wir machen wir brauchen mehr Strecke mal Steine ich muss so ein bisschen mehr in Schatten bleiben muss ich oh ne wie viel Steine haben wir denn noch keinen hier 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 ist ein das hier hier ist auch hier hier auch hier 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 Da Steine rumliegt. Die haben ja Steine vergessen. Den müssen wir jetzt mal ablegen hier. Nee. Ja. Ich brauche Schatten. Das ist die herzliche Krabbe. Wir müssen die Krabbe erstmal wegnehmen. Das ist die Krabbe. Das ist die Krabbe. Das ist die Krabbe. Wir müssen die Krabbe erstmal wegnehmen. Das ist die Krabbe. Das ist die Krabbe. Das ist die Krabbe. Wir brauchen uns erstmal ne Binde machen. Die Krabbel sind ein bisschen übermäßig, finde ich. Die Krabbel sind ein bisschen überprüft, aber die Krabbel sind ein bisschen überprüft. Die Krabbel sind ein bisschen überprüft, aber die Krabbel sind ein bisschen überprüft. Das wird eher noch in den blöden Tagen, denke ich mir mal. Hier ist auch kein Stein. Jetzt sind wir erstmal safe. Da ist ein Stein. Da ist so ne hässliche Krabbel wieder. Naah. Da ist so nehmt. Da ist so nehmt. Die Mutti kommt davon. So. So. Hier oben. Okay. Wo ist die Mutti jetzt? Da ist so nehmt. 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 Wo ist das Schwein? Ah, die Krabbel hat mich schon mal gefunden. Das ist aber nicht schön. Da brauche ich gerade drauf schießen auf dem Panzer. Da ist so nehmt. Da fällen auch mal die blöde hässliche Krabbel. Da fällen auch mal die blöde hässliche Krabbel. Ich wusste auch was. Ah, Leute. Die sind ein bisschen. Da schieße dreimal drauf und dann bist du tot. Ah, was ist das Franchise? Ah, was ist das Franchise? Man selber hält ja gar nicht viel aus. Erstmal wieder auf da wo man abgespeichert ist. Naja, dann machen wir heute erstmal Schluss. Nächstes Mal nehmen wir die. Keine Ahnung. Da hinten. Ich weiß es nicht. Dann bis nächstes Mal. Bye, bye, euer Melzi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.